Ab dem 1. Oktober 2014 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die vollständig renovierte Etagenwohnung liegt in Meerbusch-Büderich. Das im Jahr 1963 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.